Wie du die Frau nicht verlierst in Zeiten, in denen ihr euch nicht sehen könnt. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirtrainer und Datingcoach. Und heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, wenn du schon eine Frau angesprochen hast, du hast nur mal ausgetauscht, aber ihr könnt euch jetzt aus verschiedensten Gründen nicht sehen. Sei es, weil die Frau Panik schiebt wegen Corona und lieber zu Hause bleiben möchte. Kann aber auch sein, dass sie mehrere Wochen im Urlaub ist oder du beruflich verreist bist. Und du findest die Frau cool, würdest sie gerne auch verführen, oder wenn du schon was mit ihr am Laufen hast, das weiter ausbauen. Aber ihr könnt euch jetzt physisch nicht näher kommen. Ist jetzt Hopfen und Malz verloren, was konkret kannst du tun, darüber soll es in dem Video gehen. Zunächst einmal Fehlerquellen. Was ist, was die meisten Männer falsch machen, wenn sie eine Frau nicht sehen? Zum einen, sie schreiben der Frau viel zu viel und es wirkt bedürftig und aufdringlich und es nervt einfach. Und zum anderen, die schreiben der Frau so gut wie gar nichts und die Frau denkt dann, entweder hat er kein Interesse oder sie vergisst dich einfach. Vor allem, wenn du die Frau erst angesprochen hast, irgendwo noch nicht mit ihr Sex hatte, und hattest du noch nicht so viel mit ihr zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dich einfach vergessen wird. Weil einfach aus dem Auge, aus dem Sinn, bisher war der Kontakt noch nicht so intensiv. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich mache jetzt ein bisschen playing hard to get, mache mich ein bisschen unantastbar oder schreibe gar nichts oder kaum was, dann wird das dazu führen, dass du komplett unwichtig wirst. Also, wie du jetzt schon raushören kannst, das Mittel dagegen ist, die Dosis macht, dass es gibt, also der Mittelweg. Du sollst nicht zu viel schreiben, das soll nicht nerven, das soll nicht bedürftig wirken, aber auf der anderen Seite sollst du auch nicht gar nicht schreiben oder kaum was schreiben. Was du hier konkret machen kannst, ist immer, dass du alle drei, vier Tage entweder ein Bild schickst, eine Sprachnachricht oder einen kleinen Text. Und hier ist wichtig, dass du immer das Konzept beachtest, dass du der Frau etwas Lustiges, Amüsantes gibst, ohne etwas zurückzuwollen. Denn was machen die meisten Männer, die eine Frau anschreiben, sagen, hey, wie geht's, was machst du, wie war dein Tag, da, 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 da. Und glaub mir, solche Nachrichten bekommt die Frau ständig, entweder auf WhatsApp oder auf Facebook oder auf Instagram, die wird ständig so angeschrieben. Und du musst dich davon abheben. Das kannst du am besten machen, indem du einfach etwas Lustiges aus deinem Alltag teilst. Du kannst entweder eine Vorlage nutzen, die ich dir hier mitgebe, oder eine ähnliche finden, die vom Aufbau so ist, wie die, die ich dir hier nennen werde. Zum einen kannst du sagen, hey, verrückte Stadt, ein kleiner Junge hat mir gerade die Kekse aus der Hand gerissen und ist weggerannt und hat mir den Mittelfinger gezeigt. Das kannst du als Sprachnachricht machen, das kannst du als Text machen. Hier ist diese Nachricht. Er will nicht unbedingt auf jeden, auf Kosten, Teufel komm raus, eine Antwort von der Frau, sondern du teilst einfach eine lustige Geschichte. Und wenn die Frau das liest, dann wird sie das lesen und denken, krass, was ist ihm passiert oder ein bisschen ungläubig gucken. Aber auf jeden Fall wird sie mit einem Schmunzeln, wenn du die Sache, wenn du jetzt nicht irgendwas Komisches oder Seltsames schreibst, wird sie das mit einem Schmunzeln auffassen und wird darauf antworten. Meistens kommt dann etwas wie so Lachsmiley oder was ist dir das wirklich passiert? Und wenn das kommt, dann kannst du hier ein bisschen noch Chitchat machen, hin und her texten. Fertig, nicht viel mehr. Und das machst du alle drei, vier Tage. Du kannst aber auch ein Bild, ein Selfie machen von dir, wie du gerade spazieren bist oder wenn du gerade unterwegs bist, beruflich, auswärts, von der Sehenswürdigkeit, einfach Grüße aus Zürich oder sonst wo. Das kannst du auch machen. Wichtig dabei ist, dass es wie gesagt keine 10.000 Fragen du der Frau stellst, überhaupt keine Fragen stellst und dass du dir immer denkst, hey, ich will einfach was Lustiges teilen. Und dadurch wird die Frau dir viel eher antworten als einem Typ, der schreibt, hey, wie geht's dir, was machst du gerade, schöne Frau oder sonst was, weil das wird sie ständig bekommen. Du hast es gar nicht nötig. Du willst einfach etwas teilen und ziehst die Frau mehr und mehr in deine eigene Welt rein, je mehr du Sachen in deinem Leben teilst. Ob es jetzt eine simple WhatsApp-Sprachnachricht ist oder ob du, wenn ihr euch trefft, etwas Cooles zu erzählen hast, das macht die Frau neugierig auf mehr. Dann die zweite Sache, was du machen kannst, ist, dass du einmal die Woche einen Video-Anruf machst. Das heißt, du wirst wieder was, Bullshit-Statement nenne ich das, etwas schicken, schaust, ob sie antwortet und wenn sie antwortet, sagst du, hey, was steht heute noch so bei dir an? Dann wird die irgendwas sagen, sagst du, hey, lass doch heute Abend einfach mal einen kleinen Video-Chat machen, ein bisschen quatschen. Und in der Regel wird die Frau nichts dagegen haben. Wenn die jetzt keine Zeit hat, dann schlägst du ja vor, hey, wann wollen wir das mal realisieren? Und wenn sie darauf eingeht, ist das Interesse schon vorhanden. Wenn sie darauf nicht eingeht, ist nicht das beste Zeichen. Das heißt, du hast vielleicht eine Frau erwischt, eine Nummer von einer Frau bekommen, die eh nicht so interessiert ist. Da würde ich dann auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Aber was du auf jeden Fall tun solltest, wenn du jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona die Frauen sich nicht mit dir treffen wollen oder was auch immer, wenn du jetzt selber auswärts unterwegs bist in einem anderen Laden für mehrere Wochen und jetzt die nicht treffen kannst, dass du jetzt nicht irgendwie denkst, oh, ich habe jetzt Angst, die zu verlieren, weil das dann passieren wird, dann wirst du sie auf jeden Fall verlieren, weil dein Verhalten nicht mehr authentisch ist. Dann bekommst du Angst und alles, so wie du handelst, du reagierst auf deine Angst. Entweder du schreibst der Frau zu viel und denkst 24-7 an die Frau oder die Frauin, kann ja auch sein, oder du unterdrückst deine Angst und gibst dich ganz cool und die Frau wird aber auch das Interesse verlieren, weil gar nichts kommt. Also der Mittelweg ist hier wirklich das Beste, das mache ich auch so und habe keine Angst. Selbst wenn du mal eine Frau verlierst oder ein, zwei Frauen verlierst, du wirst nach einer Zeit, je nachdem, wann du das Video hörst, wenn jetzt hier die Corona-Krise ist und die Frauen sich aktuell eh nicht treffen wollen, viele. Oder wenn du jetzt auswärts unterwegs bist, du wirst sowieso wieder neue Frauen kennenlernen. Also versuch da gar nicht mit so einer Mangelerscheinung ranzugehen, denken, oh, wenn ich die jetzt nicht habe, dann bin ich todunglücklich. Das ist nicht so, das ist nur eine Illusion in deinem Kopf. Du wirst sehen, das Leben geht weiter und wirst noch viele neue Frauen kennenlernen. Wenn du die Arbeit reinsteckst, wenn du rausgehst, Frauen kennenlernst, Frauen ansprichst, dann wirst du dich irgendwann gar nicht mehr retten können vor Nachrichten, die du beantworten sollst, weil die Frauen dich sehen wollen. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und schreib du mir mal in die Kommentarfunktion einfach Ja oder Nein rein, ob du schon mal aufgrund des Textens eine Frau verloren hast. Würde mich interessieren, ob du da auch wie viele andere Männer ein Problem hast. Schreib einfach rein, ja, ich habe eine Frau verloren aufgrund von Texten oder nein, ist mir noch nie passiert. Das ist interessant für mich zu wissen. Und ansonsten findest du hier noch eine Playlist, da geht es konkret ums Texten, wie du mit Frauen weiterschreibst, noch ein paar Spezialtipps dazu. Und wenn du direkt durchstarten willst und ein selbstsicherer Verführer werden möchtest, der regelmäßig neue Frauen kennenlernt, dann kannst du dich auch direkt unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem Video für das kostenlose Analysegespräch bewerben. Dann schaue ich mir das an und werde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir melden und dir Schritt für Schritt zeigen, wie du wirklich in die Umsetzung kommst und das ganze theoretische Wissen in die Praxis umsetzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.